Es ist wieder soweit. Wir haben Reiseleiterinnen und Reiseleiter aus der ganzen Welt nach Berlin geladen. Und die bringen wir per Livestream zu dir nach Hause. Sie werden dich begeistern für eine Reise in ihr Heimatland. Ja, zum Beispiel für Japan, Tansania, Peru, Sri Lanka, Griechenland und noch viele andere Länder. Am 11. Juli um 19 Uhr. Und lade deine ganze Familie und deine Freunde gerne mit ein. Einfach den Link teilen. Alle sind willkommen. Ich habe noch was mitgebracht. Den Chamäleon-Katalog 2025. Mit ganz vielen Herzen auf der Titelseite. Und die stehen für das einzigartige Chamäleon-Gefühl in über 70 Ländern. Den findest du in etwa zwei Wochen in deinem Briefkasten und in deinem Reiseleiter. Und wir sehen uns im Livestream am 11. Juli. Trag dir den Termin am besten gleich in den Kalender ein. Ich freue mich. Ich mich auch. Tagakan. Tagayao. Tagakan.